Ich lerne Deutsch. Nummer 214 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Diese Treppe ist eine echte Herausforderung für mich. Ich kümmere mich um ausländische Mitbürger. In meinem Unterricht wird Deutsch gelernt. Ich kümmere mich um ausländische Mitbürger. Ich kümmere mich um ausländische Mitbürger. In meinem Unterricht wird Deutsch gelernt. Ich wollte schon immer dieses alte Schloss besuchen. Jetzt ist es endlich soweit. Ich wollte schon immer dieses alte Schloss besuchen. Jetzt ist es endlich soweit. Die Welt befindet sich in einem schlechten Zustand. Wir müssen etwas tun. Heute ist mein Geburtstag. Heute ist mein Geburtstag. Ich bin jetzt vier Jahre alt. Meine persönliche Krankenschwester hilft mir beim Anziehen und bereitet das Frühstück zu. Die Ernährungsumstellung hat geholfen. Ich habe abgenommen. Die Ernährungsumstellung hat geholfen. Ich habe abgenommen. Vor dem Geschäft hängt Kleidung auf einer Stange. Ich suche mir ein Kleidungsstück aus. Vor dem Geschäft hängt Kleidung auf einer Stange. Ich suche mir ein Kleidungsstück aus. Wenn möglich, benutze ich den Fußgängerüberweg. Es ist immer sicherer. Leider kann ich mir einen Sportwagen nur als Spielzeugauto leisten. Leider kann ich mir einen Sportwagen nur als Spielzeugauto leisten. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Jetzt spare ich Geld, um im Alter genug zu haben. Jetzt spare ich Geld, um im Alter genug zu haben. Jetzt spare ich Geld, um im Alter genug zu haben. Sandra hält eine lila Hantel fest in ihrer rechten Hand. Ich finde keinen Parkplatz. Ich bin fremd in dieser Stadt. Ich habe eine Erfindung gemacht und ein Patent angemeldet. Die Überprüfung der Windräder ist abgeschlossen. Die Überprüfung der Windräder ist abgeschlossen. Das System funktioniert wieder einwandfrei. Die Überprüfung der Windräder ist abgeschlossen. Das System funktioniert wieder einwandfrei. Ich konnte die Frau nicht erkennen. Ich habe nur ihre Silhouette gesehen. Ich konnte die Frau nicht erkennen. Ich habe nur ihre Silhouette gesehen. Ich habe zwei Ananas gekauft. Möchtest du sie haben? Ich habe zwei Ananas gekauft. Möchtest du sie haben? Ich habe eine Sonnenbrille mit weißem Gestell. Sie ist in einem schwarzen Lederetwi. Ich habe eine Sonnenbrille mit weißem Gestell. Sie ist in einem schwarzen Lederetwi. Mit meinen gelben Gummistiefeln laufe ich gerne durch tiefe Pfützen. Mit meinen gelben Gummistiefeln laufe ich gerne durch tiefe Pfützen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. und gib uns bitte ein Like. Ich habe eine Sonnenbrille mit weißem Gestell. 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 Ich habe eine Sonnenbrille mit weißem Gestell.